Okay, dann erzähl mir mal, was ihr da malt. Ich male, ich male mad. Mad, okay, also richtig schönen Schlamm, ja? Du drawing me mad. Lea, was machst du denn? What are you doing? Drawing? Nein, ich würde auch mad machen. Oh, oh, auf den Tisch. Macht nichts, dafür haben wir den Tisch gewählt, dass wir es wegmachen können. Ich mache mad. Hier. You also want to draw mad? Well, take the utensils you want. Ich habe alle Farben gehört. Darf ich hier rein? Nein, das ist nur, um Wasser zu holen. Wenn du mehr Farbe willst, musst du hinten aus der Farbschlüssel nehmen. Aber mit Wasser können wir ein bisschen verdünnen und mal gucken, vielleicht wird das dann ein tolles Bild. Äh, ich tue das jetzt. Und jetzt auch da rein? Okay, und jetzt mal, komm. Komm. Äh, äh, ich lebe mal da rein. Äh, was machst du denn? Ewig, was machst du denn? Weiß nicht. Da muss ich ja Wachsinnen überlegen. Oh, das sollen sich die Erwachsenen selber ausdenken? Ja. Oh, okay. Und hast du eine Idee, was es werden könnte? Nee, was die braun denn? Die Farbe braun. Mach nix. Aber mit dem kannst du richtig tupfen, Ola auch. Und dann kannst du überall woanders auch Schlampe machen. Sind das die Spuren von wer? Oder vom Hund? Ola? Die Spuren von dem Hund. Oh, das sind die Spuren vom Hund. Okay. Wenn du guckst, das ist ein großer Park. Ein großer Park. Oh, okay. Sehr schön, und mit Straßen drin und Wegen drin, mit Bäumen, wo die Leute, und vielleicht auch Bänken, wo die Leute sich hinsetzen können. Ein richtiger Park. Das ist auch ein Park. Aber wenn ich, Mama, kann, Mama, nee, da mache ich, da gibt es ein Batsch. Das ist, das ist platt, wo die Dinge drauf sind. Das ist ein großer Park. Und ist das dann da, wo man spielen kann? Ja, und guck, da ist der Weg rein und raus. Mama, guck, da ist der Weg rein und raus. Wo ist der Weg? Zeig mir den. Da, den Weg rein und raus. So, raus, so rein, rein, rein. Das Blatt ist schon fertig. Nee, mach's nicht! Komm, ihr habt noch Platz auf dem Blatt. Das könnt ihr noch ausnutzen. Komm, ihr könnt das ganze Blatt ausmachen. Ja, gerne, dann mag man. Das ist toll. Mama, es ist keine Farbe zu mehr. Zeigst du dir mal, Lea? Was machst du denn? Nicht da drin. Okay, dann nimm dir den Pinsel und gemahlen. Oh, nein, nicht zu doll. Gemahlen. Ich brauche mehr Farbe. Da. Ich brauche mehr Farbe. Ich brauche mehr Farbe. Ich brauche mehr Farbe.